Hallo Leute heute ist der 24.5.2020 heute ist Sonntag heute hat mein Bruder Geburtstag am 32.00. Mein Vater ist heute im Dienst und meine Mutter und ich waren bei Anke und Stefan im Kuchen essen und Kaffee drin. Da sind sehr viele Familienmitglieder von Anke aufgetaucht um auch zu gratulieren. Und mein Opa war auch kurz darüber. Der tut sich ja mit dem Gehen schon sehr schwer und ist schwer zu überzeugen bei Familienfeiern Zeit zu nehmen. Aber er hat sich kurz zu uns gesellt mit dem Rollator und das war sicher nicht leicht für ihn aber es war ihn dann auch zu laut und mir auch. Und nach zwei Stunden sind wir wieder nach Hause gegangen. Und es war ein typischer Sonntag so. Wie meistens ist ziemlich langweilig. Keine Assistentin da. Aber auch ein bisschen Zeit für mich und um mich hin und her zu überlegen. Bei verschiedenen Dingen. Und ab Montag möchte ich ja das Effektin absetzen. Und das war jetzt. Also ab morgen. Und das war jetzt so die Ruhe vor dem Absetzen. Und das hat mir glaube ich ganz gut getan. Und jetzt kann ich voller Energie, positive Energie, das Medikament absetzen. Und im Juni wird sicher nicht leicht. Aber weil Claudia so viele Stunden hat und fast jeden Tag da ist, bis 18 Uhr. Und ich glaube, dass mir das zu viel werden wird. Aber ich habe ihr das versprochen. Und da sie durch eigene Kündigung des Arbeitsplatzes vor einem Monat keinen Arbeitslosen Bezug hat, ähm, braucht sie das Geld. Und ich muss schauen, wie ich das organisiere. Und wie ich damit klarkomme. Und wenn es mir aber zu viel wird, dann muss ich das anders aufteilen. Oder muss, muss gucken, dass, dass ich halt auch meine Gesundheit und meine psychische Gesundheit vor allem achte. Und dann wird sie in mich darauf reagieren. Aber ich glaube, ich kann mich dran gewöhnen. Und, ähm, dann ist es nicht so ein Problem. Aber ich stelle mir das halt im Moment noch sehr anstrengend vor. Und das wird es sicher. Aber es ist ja nur für einen Monat. Und das ist die beste Lösung. Und deswegen muss ich mich darauf einstellen. Und ich habe jetzt auch überlegt, dass ich die Handy-Auszahlung ins nächste Monat verschiebe. Weil, das doch 256 Euro sind, die ich dieses Monat brauchen kann. Und, ja. Es ist halt. Es gibt so viele Gedanken in meinem Kopf. Wegen den stressigen Einteilungen. Und, was das Finanzielle angeht. Und, ähm, die Medikamente. Und, ähm, sehr lange Abstand zur Therapie. Und, und so weiter. Und, das ist echt schwierig. Also, ich habe die ganze Zeit Gedanken kreisen. Und, bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, ob es dieses Monat so gut ist, wenn ich das Effektiv absetze. Aber, ich möchte es ab morgen probieren. Und, ähm, und sollte es mir dadurch schlechter gehen. Kann ich es ja jederzeit wieder nehmen. Ob es gerade der richtige Monat ist. Um das auszuprobieren. Aber, wann ist das richtige Monat? Deswegen, und es wird ca. einen Monat dauern, bis das Medikament ganz aus meinem Blut draußen ist. Ob es ein Spiegelmedikament ist. Und, ähm, sich nur langsam abbaut. Aber, ich glaube, ich kann das schaffen. Und, kann mit allen klarkommen. Und, ähm, habt auch, Selbstvertrauen. Mehr oder weniger. Ich überlege halt schon über die Konsequenzen. Und, und, was es bedeutet, wenn, ich dann doch stationieren muss. Oder, ins Krankenhaus muss. Und, da verdienen Stumpen ausfallen. Und, das ist halt wahnsinnig schwierig. Wenn eine Existenz davon abhängt. Aber, ich kann mir nicht für alles den Schuh anziehen. Und, ähm, was passiert, passiert. Und, ich kann dann nur reagieren. Und, ähm, jetzt nicht nur das Schlechteste ausmalen. Und, dann geht's eh gut. Aber, es bringt auch nichts. Ich kann nur auf die, auf die Situation reagieren. Wenn sie eintritt. Und, wenn sie eintritt. Aber, ich kann jetzt nicht voraussehen, wie es wird. Und, das ist das Schwierige. Und, ähm, ja. Heute war sonst gar nichts. Morgen habe ich wieder ein Telefonat mit Kirstin. So gegen eins. Also bis eins. Weil um eins kommt Claudia. Und, ich kann dirplain. Und, ähm, meinebe. Und, äh, meinebe, meinebe. Und, ähm, die hat, dann überhaupt gelassener reagiere, wenn ich das Gespräch gehabt habe und auch in meiner Meinung noch mal positiv gestärkt bin, aber das werde ich morgen sehen und ja ist halt so. Sonst habe ich heute meinen Bruder gefragt, ob ihm mein Geburtstagsgeschenk gefallen hat und er hat ja gesagt. Er hat es dann auch nicht verwendet, aber er hat ja gesagt und das freut mich. Es war sicher nicht das beste Geschenk, aber mir ist nichts besseres eingefallen. Ich bin halt auch schon sehr müde und werde bald abschalten. Ich bin gestern auch schon direkt, nachdem ich das Video aufgeladen habe, eingeschlafen. Bin dann irgendwann aufgewacht und habe meine Medikamente nachgenommen und habe dann weiter geschlafen. Ich hatte auch gestern wieder Kopfweh und heute auch. Ich habe fast jeden Tag Kopfweh. Aber das liegt bei uns am Wind und es ist einmal kalt und einmal warm und einmal regnet es und dann wieder nicht. Und das wechselhafte Wetter liegt mir halt auf den Kopf und auf die Nerven auch teilweise. Die Frühlingsblühe Allergie ist auch noch immer nicht ganz weg. Mein Auge brennt und das macht es halt noch komplizierter, weil ich mit Sonja kaum rausgehen kann, weil sie so eine Frühlingsblühe Allergie hat. Und ich mittlerweile auch. Und wenn es mir mal besser geht, kann ich mit Sonja trotzdem nicht rausgehen, weil sie darauf reagiert. Und bei Inklaude Allergie habe ich meistens irgendwelche Schmerzen oder oder Symptome von der Allergie und dann müssen wir auch rein. Und das ist sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie lange die Frühlingsblühe aktiv sind, aber es ist schon fast Sommer und ich spüre sie noch immer. Aber ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten zwei Wochen dann vorbei ist und dass es dann auch mit Sonja leichter wird und wir rausgehen können bei schönem Wetter. Aber das kann man nicht so genau sagen. Man schlägt ihre Allergie zu meinen Beinen und dafür kann man nichts und eine Allergie ist nicht ausgesucht. Die entsteht einfach und ich ärgere mich auch gar nicht darüber. Ich ärgere mich mehr über mich selbst als über Sonja oder so, weil sie kann nichts dafür und ich nehme da lieber Rücksicht, als meinen Kopf durchzusetzen. Und sie leidet dann irrsinnig. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte ja, dass es ihr gut geht bei mir. Und Das wünsche ich mir für Claudia auch. Aber es ist halt von der Einteilung momentan komplett kompliziert. Und Und Ja Das würde dann nicht einfach Naja, ich wünsche dir jetzt Noch einen schönen Sonntag, Restsonntag Und bis zum nächsten Mal Ciao Eure Ines Bis zum nächsten Mal